Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Wir sind im neuen Set Modern Horizons 3, Hashtag Werbung. Wir haben von unserem Sponsor, dem Raccoon Cave in Ulm und dem zugehörigen Laden, dem Waschbären, wieder Sponsoring-Dinge bekommen. Und ich habe heute für euch dabei einen Bundle von Modern Horizons 3 und das machen wir zusammen auf. Schauen rein, was da so drin ist. Die kennt ihr ja schon. Die gibt die Bundles, die haben über die Jahre immer mal wieder neue Namen bekommen. Aber im Grundprinzip sind die relativ unverändert und eigentlich ein cooles Produkt, weil diese Box, die hier dabei ist, die kann ich echt empfehlen. Also die verwende ich auch zum Karten drin lagern. Dann habt ihr hier Zeug. Irgendwelche Kartentrenner, Deftouch-Marken. Ich kenne niemanden, der damit spielt, aber vielleicht gibt es ja jemanden. Könnt ihr mal gerne schreiben. Und dann haben wir natürlich Booster und wir haben einen Würfel. Oh, der sieht ganz schick aus. Okay, und dann ist es wahrscheinlich immer die gleiche Promo, so wie ich weiß. Und zwar ist es die neue Counterbalance in Rot. Die macht das Machtgleichgewicht. Wir haben hier ein deutsches Bundle, das heißt, wir haben auch eine deutsche Promo. Es sind Basiclands drin, das lasse ich mal zu. Das kennt ihr ja. Aber diese Basicland-Boxen, die sind eigentlich ganz geschickt. Vor allem zum Limited spielen. Das hier sind noch Format-Dinge. Blacky sammelt die ja, glaube ich. Also Blacky, falls du brauchst. Gönn dir. Okay, dann tun wir mal die Box weg und dann schauen wir uns die Booster an. Habt ihr schon ein Produkt in der Hand gehabt? Ich weiß nicht, ob das Video früh oder spät kommt. Für mich sind es ja mit die ersten Booster. Ich habe schon mal ein Ziel-Deck gebaut. Und auf Deutsch wird es krass. Ich habe noch keine deutsche Karten gesehen. Also das Böswilge-Poltern, Kieferflügler, den finde ich ganz cool. Den Limited, Lagerungspresche, Gestaltwandler, coole Karte. Schädelramme, super. Wurde wahrscheinlich ein Pauper direkt gebannt. Die Wurm-Spiralen-Larfe, die finde ich auch super. Also die Wurm-Call-Engine, ein kleiner, cooler Callback. Ah, okay, das ist das Pay-Off. Wir haben Rall und das verborgene Labyrinth. Dann haben wir ein Flipland, die blutgedrängten Einblicke. Die finde ich super, die Flipländer. Dann haben wir ein Reprint, Cephaliden-Colosseum. Starke Karte in Sepedex, muss man sagen. Ähm, eben weil es bei mir immer Karten zieht. Oh, dann haben wir einen Frosch. Psycho-Frosch, den finde ich geil. Da bin ich gespannt, ob der sich in Legacy durchsetzt. Oder sogar in Modern spielbar ist, mit einem neuen Deck. Mal schauen, in Deathshadow oder so. Und noch die Foil, der Supra-Leiter und eine Foil-Island. Die sieht schick aus, finde ich. Kraken-Token. Set sieht natürlich wieder ultra nach Ultra-Power aus, muss man sagen. Aber dazu sind diese ja da. Ah, Serum Visionary. Der ist eigentlich auch ganz cool. Wobei dieser Ponder-Typ aus dem letzten Set natürlich stärker war. Selbst die Cummins. Ich finde auch diese Länder ganz cool, ehrlich gesagt. Also, nicht nur fürs Limited. Geistverschnitt. Marionetten-Lehrling. Wieder die Saga. Und dann haben wir die verzweigte Evolution. Äh, jo. Cool. Cool, 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 cool. Uh, und wir haben einen super coolen Hit. Eine Karte, die ich auch gerne hätte. Das neue Alluren in Old Border. Schick. Schick. Old Border sieht einfach gleich viel besser aus. Äh, nix, spawn, einhorn und nochmal ein Foil-Basic. Swamp. Cool. Ähm, ich mach mal die Cummins ein bisschen schneller. Oh, der Sulthailand. Das packe ich gleich mal hier hin. Das will ich nämlich testen. Vielleicht baue ich ja auch so einen Eldrasi-Haufen. Wer weiß. Schuldstehender Geist. Okay. Uh, und das Dimir-Flip-Land. Das finde ich mega fürs Commander. Das ist auch krass, dass das Degree jetzt ankam. Man ist völlig abstrus. Oh, geil. Und das veränderliche Waldland. Das ist auch eine Karte, die ich ultra stark finde. Also ich glaube, um die lässt sich auf jeden Fall was rumbauen. Egal in welchem Format. Sehr cool. Und die galvanische Entladung als Foil ist auch ein sehr, sehr gepushter Removal-Spell, muss man sagen. Wenn man an die Energy Removal, an dieses Harness-Lightning heißt es, glaube ich, denkt. Auch eine gute Karte. Da ist die Goldkarte in Simic, die farblos ist. Aber ich bin gespannt, wie sich das Set im Limited spielt. Den finde ich auch sehr, sehr stark im Limited. Finde ich super. Und der farblose Urknall. Auch eine sehr gute Ankammen. Nochmal ein Flipband. Kann man immer brauchen. Super wichtiger Reprint. Und Ronas Fanatiker. Cooler Mana-Druck. Bin ich gespannt, ob der irgendwo sich durchsetzt. Ist der wie das Amulett. Und ein normaler Planes. Kann nicht immer die Foil-Foil-Bildländer aufmachen. Auch wenn es cool wäre. Elektrozoa. Der ist auch cool im Limited. Das habe ich schon rausfinden dürfen. Der Sliff. Gargoyle. Okay. Dann haben wir den Gedankenschwall. Draw 4, 2 zurück. Verwüster. Sehr schön. Das Orsor-Flip-Land. Dann haben wir einen Meltdown. Im neuen Rahmen. Und das Wheel. Ich glaube, das ist tatsächlich aber kein Highlight. Bin ich ehrlich. Aber vielleicht fürs Casual, dass man es da spielt. Da haben wir nochmal ein gutes Removal. Maraudeur ist auch cool. Bandland. Bandland. Aushoffzeug. Damit kann man mehr wegbleiben. Ossor's Cave. Das ist doch super gut. Das finde ich... Also gerade im Commander ist doch das insane. Das spielt man doch in jedem Deck, oder? Was meint ihr? Es findet einfach alles, wie man will. Und wir haben Ruby-Medallion. Auch ein cooler Reprint. Und nochmal ein Aluren. Geil. Da habe ich schon drei jetzt aufgemacht insgesamt. Und ein Kami in voll. Das ist der Christ. Als Artkarte. Und unterschrieben. Sogar. Cool. Weiß nicht, ob jemand diese Artkarten sammelt. Ich habe das beim ersten Modern Horizons gemacht. Und meiner Frau geschenkt. Die fand das ganz cool. Aber jetzt, wo das in jedem Set ist, weiß ich nicht, ob das noch so interessant ist. Die sind auch interessant. Diese Kremlins. Bin ich gespannt, wie die sich spielen. Und natürlich der neue Siegegang. Auch eine gute Karte. Ich glaube, die ist auf jeden Fall im Commander relevant. Ich meine, die ramt halt und zieht eine Karte. Äh, Sturmsinn verfallen. Titania's Priest. Cooler Reprint. Habe ich noch ein paar hier rumliegen. Und der Traumflutwahl. 7,5 für 3 Mana. Ist natürlich schon krass. Und Proliferated. Und in Foil. Das veränderliche Waldland. Sehr geil. Also das wollte ich auf jeden Fall aufmachen. Und jetzt habe ich schon zwei aufgemacht. Und eins in Foil. Da beschwere ich mich nicht. Noch keine Müffig. Aber gut. Das ist in den, in den, äh, in den Bundles nicht so wahrscheinlich. Weil es ja keine, keine komplette Box ist. Naschkatze. Finde ich cool im Limited. Den finde ich auch geil. Der gefällt mir wirklich gut. Dieser Flash Eldrassi Counter Dude Mock Meute. Kann auch, hat auch das Potenzial broken zu sein. Oshoffland. Die Beschwörerin. Da weiß ich nicht, ob man die gebraucht hat tatsächlich als Reprint. Und wir haben eine Müffig. Cool. Harry Gast. Aufloader und der Pfaldrache. Okay. Weiß ich nicht. Rote Karten bin ich raus. Sieht aber spielbar aus. Und wir haben noch ein Foil Bandland. Äh, naja Land. Das ist was für Ormi. Und ein Vollmountain. Das ist auch was für Ormi. Kann ich schön weitergeben. Letzte Booster, Freunde. Schauen wir nach. Wir haben den neuen Counter. Skor, auch eine coole Kammen. Auch der Wachhund eine gute Kammen. Das Esperland. Noch mein Land. Dann haben wir den Wegbereiter. Rall, das haben wir schon mal aufgemacht. Gipfelmönch. Die Flipländer sind alle gut. Äh, Junk Diver. Finde ich einen coolen Reprint. Aber ich glaube, der macht heutzutage nichts mehr. Und dann haben wir das Silberpodest. Okay. Und noch ein Vollflipland. Das nehme ich gerne. Vollflipland. Kann man machen. Dann gehen wir mal. Das, was ich so weggelegt habe. Silberpodest. Da bin ich, weiß ich noch nicht. Kann ich nicht einschätzen, ob das irgendwo spielbar sein wird. Dann natürlich den coolen Drache. Äh, das Waldland ist natürlich insane. Vor allem, das haben wir zweimal. Traumflutland. Dann haben wir noch den Priest. Das finde ich super. Das Aluren. Einen Ruby. Ja, das Larat. Da weiß ich nicht, ob man das tatsächlich braucht. Der ist ganz cool. Urknall finde ich gut. Nochmal so ein Laltland. Sehr geil. Ähm, das Old Border Aluren. Ich bin ja großer Freund, wenn man aus normalen Boostern die Old Border aufmachen kann. Evolution. Und natürlich ein Frosch mit einem Cephalet Kolosseum. Also, ich bin zufrieden. Zwar kein, doch, den Eldrasi Drache aufgemacht. Eine Müffig. Coole Rares. Kann mich, glaube ich, nicht beschweren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war's.